einen wunderschönen meine sehnenlosen fleischstückchen ich habe mir gedacht es ist halloween deswegen gibt es ein special und ich wünsche uns ganz viel spaß bei diesem wunderbaren horrorspiel keine ahnung was das ist jetzt habe ich mir das gerade besorgt und wir schauen mal was hier passiert viel spaß und happy halloween drücken sie eine beliebige taste achten sie immer auf ihre umgebung lassen sie keine anomalie mit sich kommen versuchen sie die schleife zu durchbrechen jede treppe ist ein schritt in die freiheit und ich bin doch kacke in sowas warum ist das so laut oh mein gott oh mein oh mein gott ein moment okay wir sind in einem treppenhaus das ist krass ich bin jetzt schon taub es geht nicht leiser untersuchen eine katze bild von ginger eine süße katze die in der wohnung lebt jeder liebt es ihn zu füttern untersuchen nehmen aufgehoben medizin be mindful of anomalies when you encounter an anomaly go back down the whole set of stairs to lower floor room to remove them dann müssen wir hoch okay alles verstanden easy hallo die ingwer katze ja schön geil morgen so wir sind jetzt in der achten etage ich bin mal kann sein dass das schon eine anomalie ist aber wir wollen es trotzdem mal testen ich kann auch sprinten sehr schön ja es ist eine anomalie also gehen wir runter so jedes mal erscheint ein ton wenn ich eine anomalie gelöst habe okay das macht so keinen sinn dann gehen wir noch mal ganz runter 7 8 7 8 warum sollten wir uns eigentlich heilen müssen so und jetzt fangen wir nochmal neu an alter es tut so weh auf den ohren ne so ein brummen als wärs ein bär 7 8 katze 6 7 8 ok 6 7 8 katze ok 6 7 8 katze fuck 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 ich muss auf mehr dinge achten baby sitzt immer noch da stuhl 6 7 8 ich sehe jetzt schon eumeline wieder in den kommentaren aber du hast das und das übersehen alter maul oha anomalie tschüss da ist das geräusch glaube ich ich glaube jetzt können wir wieder hoch ja all right wir sind auf dem weg schau machs gut schönen feierabend da war wieder das geräusch wir haben was richtig gemacht geil junge alter alles gut alles gut alles gut sieht auch gut aus wenn ich ehrlich bin 6 7 8 die sieht auch normal aus wie immer also wunderschön bräuchte ich für meinen raum die ingwer katze für die gesundheit wenn er erkältet ist einfach eine katze essen tschüss tschüss haa hab gekackt das war ziemlich gemein hab mich mehr gekriegt als das meiste bislang haha ihr besser ok auch alles gut hier hier auch würd ich sagen alter verfickte scheiße oh mein gott ich wusste nicht dass das zu kurz geht alter schwede fuck hab ich mich erschrocken alter hab ich mich erschrocken leck mich am Arsch am Arsch leck mich ah übrigens meine Damen und Herren es wird jetzt sonntags immer ein Horrorspiel geben und am nächsten Sonntag dann nochmal eine Steam-Neuheit dann wieder Horror-Steam-Neuheit etc ähm ich hatte gehofft das geht jetzt auch mindestens 15 Minuten hier aber was soll ich machen ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen lasst gerne ein Like da und wenn ihr mehr solcher Videos auch sehen wollt dann sagt mir mal bitte Bescheid ich wünsche euch einen wunderschönen Halloween Tag und bleibt mir schmantig bis dann euer Herr Sehnlos BAAAA BAAA BAAA BAAAAA BAAA BAAA